bleib erst mal hier unten die spülküche ok es sind wirklich zwei wenn nicht sogar mehr von denen jetzt aber nicht mehr weiter okay das heißt wir müssen wir müssen jetzt wirklich oben lang dass die auch gezielt jagd auf uns machen okay die kommen hier ich habe ich habe dessen schritte gehört wohl nee die sind jetzt wieder an die dings hier geht es nicht hoch ja lass den teller da liegen genau ja lass den teller da liegen genau was muss ich jetzt genau machen ich habe das ding da jetzt betätigt drauf okay der nimmt uns jetzt zum glück nicht wahr okay der nimmt uns jetzt zum glück nicht wahr Mist. Okay, im Abfluss können die uns nicht... können die uns nix, okay. Ach, von da kamen wir, okay. Aber was ist jetzt die Aufgabe? Um... Tori! 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 dann brauche ich einen Weg da oben entlang. Wahrscheinlich das Ding da in der Mitte. So. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht ran. Ich hoffe, die finden mich jetzt nicht. Nein! Scheiße. Jetzt haben die mich erwischt. Das muss aber in die Richtung. Okay. Okay. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee, hier hinzugehen. Mist! Ja, das war alles andere als schlau, da hinzugehen. Ja, das war alles andere als schlau. Ich bin ein Schlau. Sieht er mich jetzt? Okay. So, wo ist der andere? An der Waschküche in der Mitte? Oder müssen wir da hin? Die Dings bewegt sich jetzt schon mal in die richtige Richtung. Mist. Muss ich nicht die Teller hochklettern? Oder muss das wirklich in der Mitte sein? Die Geräusche, die sie von sich geben. Also der in der Mitte muss aber weg. Ich hoffe, die gehen jetzt irgendwo anders dann gleich. Okay. So, gut. Ja. Ja, jetzt kommen die nicht mehr an uns ran. Okay, nice. Der verlässt den Raum. Und der läuft uns hinterher. Ähm. Mist. Oh, oh. Ja. Nein. Warum lasse ich los? Warum habe ich losgelassen? Okay, aber warum kommen die jetzt nicht mehr an uns ran? Okay, wir haben es geschafft. Wir sind denen entkommen. Boah, das war jetzt wirklich spannend. So, nächstes Level. Den sind wir entkommen, aber die sind noch nicht tot. Okay, da ist eine lange Leiter. Gehen wir dann mal hoch. Ein Stück von der Leiter ist kaputt. Okay, aber da passiert nichts. Was? Ähm. Ach, wir waren auf dem Schiff, oder? Warte, müssen wir nach unten? Oder nach oben? Wie weit müssen wir denn nach unten? Wie weit müssen wir denn nach unten? Das sind sehr viele, die von dem einen Schiff ins andere Schiff gehen. Okay, was ist denn da genau Phase jetzt? Also, warum gehen die von dem einen Schiff aufs andere? Okay, wir werden den Kurs auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Oder die Köche. Ähm. Ich hoffe, die jagen uns jetzt nicht. Da ist die, von denen wir die Statue kaputt machen. Diese Minifiguren. Dazu sage ich mal nichts. Gibt's hier irgendwie was? Kann ich hier hochklettern? Nein. Okay, die sind hier jetzt alle am Ampfen. Ähm. 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 Heute, oder? Alter, der hat mich gegessen. Der hat mich einfach gegessen. die essen menschen alter und jetzt ich glaube ich muss hier hoch alter was ist mit denen alter das ist gruselig wenn die eines hier essen wollen und dann wirklich so hinterherkriechen lebendiges stück fleisch lieber ist als als hier schon verarbeitet muss ich das hier wegschieben tatsächlich alter okay zu du wirst nicht von mir gegessen so und jetzt wo muss ich hin ich glaube hier ich glaube ich muss an denen wobei ja alter tatsächlich ich bin der letzte hat mich gegessen Ich muss da wirklich an denen allen vorbei. Nein! Wie hat der mich jetzt... Alter, der beißt sich in die eigene Hand, um mich zu essen. Ich bin nicht so appetitlich. Warte mal, komm ich da vielleicht? Nee. Alter, wie auch noch mit der Zunge hier so. Okay, jetzt... Die isst mich nicht, die will mich nur in der Hand haben. Okay. Aber ich kann so ein Stück Würstchen jetzt auch nicht... Auch nichts mitmachen. Äh... Nein, nein! Alter! Was war das denn jetzt? Glitscht es. Aber ich muss an denen vorbei irgendwie. Gibt's auch andere Wege? So. Okay. Äh... Ich konnte nicht mehr zurück. Ich konnte gerade irgendwie nicht zurück. Wegen dem Messer wahrscheinlich. So. Ja. Wir haben's geschafft. Und wir sind oben. So. 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 Wo muss ich jetzt lang? Muss ich wirklich zu denen da hoch? Ähm... Jetzt geht's schon wieder los. Nein! Alter! Und der wartet da. Guckt mich ganz traurig an. Und bettet wahrscheinlich, dass ich wieder zurückkomme, damit er mich essen kann. Ähm... Und jetzt? Und jetzt? Alter! Kriegt er jetzt nochmal zurück? Okay. Okay, der greift aber jetzt nicht mit der Hand da durch. Da haben wir noch so eine Statue. Oh nein! Nein! Mist! Okay, jetzt sind wir im Badezimmer. Komm ich da hoch? Komm ich hier durch, ne? Wie komm ich hier wieder raus? Ah! Okay, so komm ich hier wieder raus. Alter! So, das wollten wir kaputt machen. Und in den Fahrstuhl. Cool. OK. cự. Und wir sind da durch? Ja. Ja, kleine Männchen im Arm. Kann ich das hier anzünden? Ich glaube, wir müssen durch die Tür. Oh, nein. Es werden immer mehr. Mist, 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 Mist. Alter, was? Alter. Die überrennen sich gegenseitig. Nur mich. Die haben mich schon zerquetscht, aber rennen weiter, weil die denken, ich bin immer noch weitergelaufen. Okay. So, Stufe. Stufe. Ah, die rutschen. Die rutschen die, äh, Dings. Alter, was ist mit denen? Alter, nein, 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 nein. Nein! Alter, mir schwitzen die Hände gerade. So, da ist doch genug Fleisch. Warum nehmen wir nicht das? Die müssen ausgerechnet mich essen. Okay, wenigstens einen von denen sind wir jetzt los. Alter. Wahnsinn. Okay, wir werden krank, glaube ich. Krank und hungrig. Wieder mal. Komm, gib mir das Würstchen. Warum haben wir ihn gegessen? Da war doch ein Würstchen. Warum essen wir ihn? Naja, nur lebendes Fleisch ist leckeres Fleisch, glaube ich. Es muss, es muss ja noch bluten. Und warm sein. Ich gucke mal erstmal, ob hier noch irgendwas gibt. Ja. Perfekt. Noch ein Versuch. Ja, nur lebendes Fleisch. Na einen falsen Zwerden. Ich guckee schnell, w ogóle des Genera. Bin ich wieder da? Bin ich noch da? Gerade kurz OBS eingefroren. Hier sind einige Frames verloren gegangen. Das Spiel ist auch eingefroren gewesen. Für ein paar Sekunden. Aber bin ich noch live? Sieht so danach aus, oder? Ja, machen wir mal weiter. Sieht so danach aus, als wäre ich noch live. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Auf einmal das ganze Ding hier eingefroren. Okay, bei der Hitze, die momentan ist. Ich bin selber auch umschwissen. Man sieht das wahrscheinlich auch an meiner glänzenden Stirn. Hier ist es auch kein Wunder, wenn mein Rechner mir hier abschmiert oder so. Okay, hier sieht es ein bisschen schicker aus. Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Und sitzt vor einem zerbrochenen Spiegel. Da ist eine Statue, die wir kaputt machen müssen. Ich glaube, an die Statue kommen wir nicht so einfach ran. Kommt die jetzt hierher? Wo ist sie hin? Ähm. Papa da. Autsch. Wo ist die Dame? Ja, jetzt kommt ein G da durch. Und wo ist der Schlüssel? Okay, auf diese Art komme ich dann nicht vor. Also... Ja... Okay, gucken wir mal, ob es hier vielleicht doch noch irgendwo weiter geht. oder ob hier irgendwo der Schlüssel versteckt ist. Wo soll der Schlüssel sein? Oder war der Raum jetzt nur dafür da wegen diesem einen Dings? Dann wo ist der Schlüssel? Dann wo ist der Schlüssel? Ach komm. Die Steuerung ist manchmal auch ein bisschen komisch. Ich glaube wir brauchen den Stuhl für irgendwas. Kann das sein? Aber ich sehe hier jetzt... Nee. Nicht für hier, okay. Es muss schon in dem Raum hier bleiben. Komm, einmal drehen. Komm, 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 komm komm. Hier geblieben. Hallo? Ach nein, jetzt steckt er den fest, oder wie? Ist das nicht das? Muss ich hier hoch? Auch nicht. Nee, hier will ich jetzt nicht hochklettern. Wofür war jetzt der Stuhl? Das ist auch falsch. Unter dem Bett vielleicht ist da irgendetwas. Oder hier drunter? Oh! Ich habe den Schlüssel. Ja, okay, ähm... Manchmal bin ich ein bisschen doof. Ähm, nein, nicht zugehen, nicht zugehen. Bleib offen. Ähm, nein, 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 nein. Ähm, weg! Alter, was war das denn? Weg, 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 ich sehe nichts. Alter! Sie ist ein Geist! Ähm... Und jetzt? Und jetzt? Wo muss ich hier hin? Hier ist auch irgendwie falsch. Gut. Wie ist das? Da? Ja, super. Rasen. Und jetzt? Gut. 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 Ich sehe hier keinen Weg. Ah, hier. So, jetzt haben wir einen Spiegel, aber wofür? Ich glaube, den brauchen wir noch für irgendwas, aber wofür? Wollen wir zurück, oder wie? Okay, Spiegel holen und rausfinden, was wir mit dem Spiegel machen müssen. So, jetzt beeile ich mich mal. Ah, okay. Nimm den Spiegel! Und ich habe die Tasse gedrückt zum Spiegel aufheben und nimm es einfach nicht hoch. So. Also, mit dem Spiegel müssen wir sie bekämpfen. So. Steh auf und nimm den Spiegel. Aufstehen und den Spiegel nehmen, ja? So. Okay, und jetzt nochmal aufnehmen und... Und wo kommt sie jetzt? Okay, wie oft müssen wir das machen? Hier? Okay, hier ist abnächst immer. Alter, das ist aber gruselig mit hier. No, ich bin, ich bin. Okay, ich bin. Biosk, wie oft noch? um Können wir sie jetzt essen? Wir haben Hunger. Und das ist ein großes Stück Fleisch. Jo, wir essen. Wir essen sie wirklich. Wir essen sie wirklich. Und jetzt? Wir essen sie mit. Okay Oh Ist das schon das Ende? Oder kommt da noch was? Oder kommt da noch was? Okay Oh 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 das war schon das ende so schnell drei stunden okay ich habe jetzt nicht erwartet dass ich das jetzt so schnell durch kriege ja gut okay es ist jetzt aber auch es ist auch nicht bleiben sie ehrlich sagen ich hatte jetzt aber irgendwie gedacht dass ich das länger für brauchen werde ja ich hatte das aber bisher auch selber noch nie zu ende gespielt ich hatte das auch bei xbox halt mal angefangen habe aber nie zu ende gespielt muss ich dann mal schauen so ich hatte ihn mehr vielleicht war das irgendwie auch in alle leiten erst zwei weiß ich nicht aber müsste ich dann installieren und dann beim nächsten mal weiter machen ja ich muss noch mal gucken wie ich das dann für youtube zusammenschneiden so drei stunden ist doch relativ wenig jetzt für ein let's play aber ja okay werden wir dann beim nächsten mal hier nächsten nächste woche dann die leiten erst zwei machen und sonntag machen wir hier dann eine blusches zwei weiter ja ich weiß jetzt nicht ich bin selber überrascht dass es so schnell bei mir zu ende gegen so dass es so schnell durch ich weiß es auch nicht so und wir jetzt keine ahnung gegen andere spiel starten sollen müsste ich eigentlich paar spiele installieren ich habe jetzt gerade im grunde abgesehen von gothic götterdämmerung und enderal und oblivion ja sonst nichts drauf auf dem pc aber dann würde ich sagen für youtube schon mal vielen dank dass sie wieder mit dabei war ich bin es war ja max deus und für twitch sehen wir uns gleich noch mal weiter wieder nicht so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020